Alles klar? Dann bestellst du ab sofort meine Freundin, okay? Gut. Offiziell. Ja, gut. Was, ob wir uns dann küssen, wenn wir uns treffen? Na klar. Herr normal. Welches Jahr? 2015. Ja. Okay. Hast du es aufgeschrieben? Gut, ich schreibe es für dich auf. Ah, er hat gerade keinen Zettel. Warte kurz. Ich merke es mir kurz. Warte kurz. Gut. Soll ich Cola mitbringen? Na, hast du noch.